so moin moin leute kurzes stream heute mal von außerhalb meiner wohnung ja gut das heißt kurzes infovideo ob ich es heute abend noch schaffe ein livestream hinzubringen das weiß ich gerade selber noch nicht aber ihr könnt auch gern jetzt schon mal unter die kommentare jetzt anschreiben ob ihr heute irgendwie vorschläge hättet was man ja heute machen könnten also wie gesagt gern jetzt irgendwas in die kommentare reinschreiben was man heute noch machen können oder ob der vielleicht von mir wie soll ich sagen mal real life blog sehen wollt also außerhalb von gaming und alles scheißegal irgendwas fragt ruhig gern rein in die kommentare bis dahin euer ebemstar marcel